Du willst den Sport mit der Natur verbinden und dich auf das Berufsleben vorbereiten? Dann mach doch ein FÖJ im Sport beim TSV Westerhausen. Deine Aufgaben teilen sich in zwei Bereiche auf. Im sportlichen Bereich wirst du aktiv die Kinder- und Jugendarbeit unterstützen. Im ökologischen Bereich hilfst du bei der Pflege der Sportanlagen unsere Sportparks. Zudem werden deine Projekte einen ökologischen Schwerpunkt haben. Du erhältst 300 Euro Taschengeld im Monat und wirst fünf Seminare haben, in denen du die Übungsleiter C-Lizenz erreichen kannst. FÖJ im Sport. Ein Jahr für dich, ein Jahr für den Sport, ein Jahr für die Natur. Sollte ich deine Interesse geweckt haben, dann bewebe dich doch einfach beim TSV Westerhausen.